So ist es richtig. Ich bin ganz am Schluss angekommen. Und ich habe nur fünf Minuten an der Rauf der Uhr, aber ich lasse es für heute so sein. Ich höre aber auf, wenn du mal funktionierst. So, vielleicht heute Abend wieder oder morgen früh. So langsam geht es mit dem Abschlüssel, aber so richtig zu Hause fühle ich mich da noch nicht. Und ich muss lange Töne suchen. Aller Anfang ist wieder schwer. Mal gucken, wie es weitergeht. Tschüss. Mal gucken, wie es weitergeht. 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 Mal gucken, wie es weitergeht.